Prozent und an die Städte Port die sie ein Brunnen hat ein Brunnen gefunden die der vergessene Turm nun war wenn es knapp zu dieser tun soll vom Bösen befreit dieser Tour an den Schrift Prozent vom Bösen befreit werden Tom Keller 1 ich hab so scheiß wenig Vitalität ich hab nur 83 Leben heul doch heul doch ich hab dir 2 aber zu weniger und wie du wieder aussiehst Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm ich hab jetzt Dix und zwei zur Vitalität du ich bin wir haben uns verlaufen nein ähm wir müssen hier lang kihihi ich warte jetzt mal auf euch zu einem konservierten Dopf ja klar alles explodiert hier und ich krieg den Schaden höhe ich bin die Falschrichtung abgebogen fuck ich bin die Falschrichtung abgebogen fuck ich bin die Falschrichtung abgebogen fuck ich bin die Falschrichtung abgebogen ja weil ich in die Falschrichtung gelaufen und weil ich die Leidenschaft bin uah was mh mh ihr müsst dafür noch sterben ihr werdet mich noch bereuen ihr monster ihr gräfinntöter und so mh 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 nicht zusammen er grün er ist grün er grünen der grüne macht mich fertig fast er hat mich aufs ähm er bin gestorben ich mach'n Portal ich mach'n meinem mach wenn wir schnell jemanden im Portal danke where's my cadaver gleich neben deinem Geld, was ich aufgehoben habe. Danke. Einmal für ein Geld. Danke. Danke. Oh, du Arschloch. Will ich bitte immer dein Geld wiederhaben? Nö. Wenn du stehen bleiben würdest? Danke, wirklich. War so nett von dir, mein ganzes Geld wegzunehmen. Bleib doch auf dem. Ganz ehrlich, willst du dein Geld wiederhaben? Nö, behalte das. Der will sein Geld. Wie soll mir... Das ist eine Saison richtig, wirklich ungerecht. Der hat auf jeden Sommer allermeisten. Und ich bin heute der erste. Boah, wie viel Turm, Kallax, gibt es noch? Mann, Mann, Mann. Cool. Komische ist, dass der Turm nach unten geht. Ja, wohin denn sonst? Nach oben? Ja, nach oben. Der Turm. Ey, du weißt schon, ob du in der Erde versuchst. Na geil, er glaubt Mana. Ach, das ist natürlich sehr cool. Mana. Ohne Mana kann ich gar nicht angreifen. Das ist ein Obergast. Und ich habe kein Leben mehr. Dämonengeisttreffer. Dämonengeisttreffer, klar. Das ist jetzt tot. Hihihi. Hihi. 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 Ich kann so toll lachen. Hihi. 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 Gräfin. Wir müssen uns gleich groter, bösen Gräfin entlegen. Entledigen. Moment. Heißt es nicht erledigen? Oh nein, das will entledigen. Okay, Vitalität. Ein Dämon extra stark. Er kämpft gegen mich alleine. Und ich besiege ihn. Nein. Er besiegt fast mich. Habe ich ein wenig mehr? Vitalität geskillt. Ich habe gerade alle meine Skillpunkte für Vitalität vergeben. Ich bin der 13. Äh. Er sollte hier nicht eingestellt sein sein. Sie ist ja nicht die Amazone. Redet die Amazone überhaupt noch? Nein. Wahrscheinlich ist die. So. Sie sind die uncool. Und die Gräfin. Die im verjüngerten Blut von 105.000 Bar. Da ist er doch schon. Ja, 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 ja. Ähm. Frau Havana. Ein Lieb von Manna. Da drin ist er. Wer rennt rein? Moment. So, ich mache erst mal noch nicht auf. Und wo ist sie jetzt? Ach, da. Wollte schon sagen, wo ist die? Das war's schon. Da ist ein Speer. Hihi. Mein. Oh, Gold. Gold, Gold, alles mein. Alles mein, alles mein. Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Ich habe mir diesen vergessenen Schatz verdient. Ich habe mir den vergessenen Schatz verdient. Das richtige Werkzeug kommt jetzt. Weil wir hier wirklich durchlaufen oder jetzt ein Portal machen. Dann wieder zurück. Dann wieder zurücklaufen, das wäre mir zu. Na, okay. Mach. Okay, ich habe eine Menge gefunden. Guten Abend. Euer Lohn ist weg. Ich rede zu mir. Akara. Ich dachte, die Geschichten... Wir müssen immer noch zu drittiger Werkzeug machen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Franz. Und mein Name ist Hans. Was wollen Sie bitte kaufen? Ja, ich kaufe... Oh mein, ihr wart. Und zwar brauche ich... Gold. Gold, 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 Gold. Regiert die Volt. Ich unterbreche die Aufnahme, da wir jetzt nur kaufen und so. Bis gleich.